Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eingeht es gut. Ihr seid alle gut in diesen Donnerstagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.300 US-Dollar. Ja, die Fett-Zinsentscheidung ist durch. Die 0,75 Basispunkte, die eingepreist waren, sind es dann auch im Endeffekt geworden. Trotzdem gab es ein bisschen danach bearische Stimmung aufgrund der Rede, die Powell danach gehalten hat. Darauf werden wir jetzt auf jeden Fall im heutigen Video eingehen. Außerdem, was ich jetzt erwarte für die nächsten Stunde und natürlich, wie momentan meine Trades stehen. Auch da werde ich ein kurzes Update dazu geben. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Altcoins, gerne unten in die Kommentare reinschreiben und heute Abend, wie jeden Donnerstag um 19 Uhr, Livestream. Freue ich mich drauf für jeden, beziehungsweise auf jeden, der dabei ist. Und jetzt würde ich sagen, starten wir durch. Wie gesagt, 20.300 US-Dollar traden wir momentan. Wir hatten gestern sehr, sehr viel Volatilität. Das war genau das, was ich angesprochen habe. In dieser einen Stunde sehr, sehr viel Volatilität nach oben oder nach unten. Wir haben uns jeweils zwei Entries abgeholt. Einen bei Bitcoin bei ungefähr 20.190. Das Setup habe ich in die Gruppe gepostet, in die Talk-Gruppe. Also wenn ihr darauf Bock habt, solche Setups nicht mehr zu verpassen, kommt gerne in die Talk-Gruppe. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, im Endeffekt dann relativ flott. Das habe ich dann im Livestream gestern auch nochmal dazu gesagt. Stop-Loss-Entry 30% rausgenommen, Buch. Und mittlerweile ist die Position jetzt auch draußen. So, seitdem ist viel passiert. Wir sind dann nochmal runter, haben uns nochmal die Tiefpunkte hier eben geholt. Plus die Vector-Candles, die hier unten eben auch noch lagen. Das heißt, die sind jetzt erst einmal gefüllt. Das nächste Ziel, was jetzt im Endeffekt ansteht, wäre wirklich die Liquidität hier oben abzugrasen. Bei ungefähr 20.800, fast genau auf den Dollar genau, liegt hier oben noch eine Menge Liquidität eben von gestern. Weil wir eben in dieser Stunde sehr viel Short-Aktivitäten hatten, aber auch sehr, sehr viel Long-Aktivitäten. Und man sieht es an dem Volumen hier unten. Das wurde sehr, sehr rapide, ist es in den Markt gekommen. Heißt für mich auch, hier sind eine Menge Long-Orders reingekommen. Einfach weil diese Kerze einfach noch grün geschlossen hat. Deswegen wäre jetzt der nächste Step, die 20.800 US-Dollar anzugreifen. Hier oben auf die Reaktion zu warten, kriegen wir sofort den Abverkauf. Dann kann es relativ zeitnah hier wieder unten in diesen Bereich der 19.3 gehen. Schaffen wir es uns hier oben zu stabilisieren, dann können wir uns wirklich Hoffnungen machen, dass wir zumindest mal die 21.1 bzw. die 21.500 US-Dollar angreifen. Übergeordnet hat sich aber im Endeffekt sehr, sehr wenig geändert. Also wir tun mal noch ganz kurz für die kleineren Timeframes, mal ganz kurz noch das FIP-Level von unserem Hoch zu unserem Tiefen. Und da sehen wir auch, okay, die 20.700, 20.800 US-Dollar passen da auch sehr gut überein momentan. Aber wie gesagt, übergeordnet sehe ich das Ganze aufgrund der Rede. Nachdem jetzt nicht dieser Zinsschnitt angekündigt wurde, das heißt, es wird zwar darüber diskutiert, ob man eventuell die Zinsen etwas runterfährt. Aber man hat auch dazu gesagt, die Prognosen, die im September getroffen wurden, werden nicht erreicht. Das heißt, man muss insgesamt mit deutlich, deutlich höheren Zinsen rechnen. Und das ist eben dieser bearische Unterton, der da drin ist. Also das heißt nicht, dass jetzt die Zinsen 0,25% zum Beispiel nur noch im Dezember angehoben werden. Es wird sogar 0,75% eingepreist. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr so bullisch im Endeffekt, wie es noch im September geklungen hat. Aber wie gesagt, das musste man so aus den Teilen gestern rauslesen. Ich habe da ja auch immer wieder ein paar Updates rausgehauen. Also so richtig bullisch klingt das noch nicht. Deswegen, zumindest für den heutigen Tag, die 20.800 wäre so das erste Ziel, wo ich sagen würde, okay, da begeben wir uns hin und dann möglicherweise mit einer Short Order noch reinzusetzen, um dann möglicherweise zumindest erstmal einen Zwischenhalt hier bei den 19.800 zu machen und dann in Richtung trotzdem hier unten dieses Golden Pocket abzuholen. Das ist weiterhin so der Schnitt, dass wir uns einfach im Endeffekt die Liquidität hier unten holen und dann versuchen mit einem neuen Breakout im Endeffekt nach oben hin durchzubrechen. Was man natürlich noch im Auge behalten muss, nächste Woche sind dann die CPI-Daten in den USA. Wir haben Zwischenwahlen in den USA, also nächste Woche kommen zwei ordentliche Brecher auf uns zu. Dazu werde ich dann noch in einem Wochenausblick was genau sagen. Also da könnte nächste Woche ordentlich Mischereien kommen. Deswegen vielleicht diese Woche noch diesen Bereich holen, nächste Woche mit guten CPI-Daten. Dann werden wir sehen, wie die Zwischenwahlen im Endeffekt waren. Ich glaube Montag oder Dienstag sind die. Und dann könnten wir uns wirklich hier ein bisschen erholen in dem Bereich der 22.000, 23.000 US-Dollar. Ja, das ist der kurzfristige Fahrplan. Ob uns jetzt im Endeffekt ein riesiger Crash droht, wage ich zu bezweifeln. Also ganz ehrlich muss ich ganz ehrlich dazu sagen, davon nehme ich erstmal Abstand. Weiterhin die Levels sind klar. Hat sich wenig geändert, auch an dem Zinsentscheid. Ein bisschen in die Zukunft gerechnet ist es halt jetzt ein bisschen bearischer. Aber ansonsten wenig. So, dann Ethereum. Ethereum muss ich sagen, dafür stalten wir mal ganz kurz den Traders Reality an. Ihr seht hier, dieser Vector-Candle war bei ungefähr 1.501 US-Dollar. Und jetzt möchte ich euch noch ganz kurz was zeigen. Ethereum Long Entry 1.503 Stop Loss 1470. Das war der Trade, den ich bei uns in die Gruppe gehauen habe. Also Glückwunsch, wer den möglicherweise mitgenommen hat. Also wer noch nicht in der Gruppe ist, gerne da joinen in der Talk-Gruppe. Ich überlege noch, ob ich es in die Analyse-Gruppe reinhau. Nur ich vergesse es echt teilweise. Deswegen nicht böse sein, wenn ich es da dann vergesse. Aber der Trade wurde perfekt abgeholt. Erster Tech Profit wurde auch mittlerweile erreicht. Also schöne Gegenbewegung von 4% knapp. Aber auch hier gehe ich erst einmal davon aus, also nicht, dass wir jetzt nochmal tiefer gehen, aber erst einmal zumindest die Liquidität hier oben in den Bereich der 1.620 US-Dollar holen. Gleiche Bewegung, so wie bei Bitcoin gestern, dass wir hier oben uns nochmal hinbewegen und dann möglicherweise wirklich Richtung 1.400 US-Dollar gehen. Das wird sich jetzt, denke ich mal, mit Markteröffnung USA dann heute ein bisschen eher zeigen oder in Richtung Wochenende. Für mich momentan eher die bearish-Seite, dass wir doch nochmal ein bisschen Tiefstände sehen, einfach um die Liquidität hier oben nochmal abzugreifen und dann unten im Endeffekt dann für nächste Woche gut gewappnet zu sein. Auch hier mal ganz kurzer Blick mit dem FIP-Level von unserem Hoch bis zu unserem Tief. Da passt es auch im Endeffekt sehr gut mit dem Golden Pocket und dem 0.786. Also das bitte, bitte mal im Blick behalten. Dann, kurzer Blick zum DXY. Haben wir ja gestern darüber gesprochen, okay, die erste Gegenbewegung kam hier oben in die Ineffizienz. Dadurch, dass jetzt die Rede, man hat gesehen, die Zinssätze kamen raus, was eingepreist war. Die DXY deutlich nach unten gedammt und dann doch eben diese Gegenerholung und kämpft jetzt hier im Endeffekt mit dieser Kurve, die wir damals eingezeichnet haben. Ich kann es euch nochmal ganz kurz zeigen, beziehungsweise mit diesem schönen Aufwärtstrend. Da wird sich jetzt zeigen, ob wir da jetzt genug Power kriegen, um hier wirklich wieder reinzukommen. Ist natürlich deutlich, deutlich bearischer für die Charts. Deswegen auch mal ein ganz kurzer Blick auf den Dow Jones 30, den wir uns gestern angeguckt haben. Auch hier deutlich, deutlich mehr Volatilität. Wir sind in dieser grünen Box. Wir sind immer noch nicht drüber gekommen. Wir haben jegliches Gaps hier drüben gefüllt. Entschuldigung, ein bisschen erkältet. Schneide ich jetzt aber nicht raus. Ja, wie gesagt, auch hier erstmal dieser Turnaround. Nachdem dieser Pump kam, haben wir im Endeffekt diesen wieder komplett gefüllt. Also auch die Indizes momentan nicht wirklich bullisch. Auch hier natürlich könnten wir uns jetzt erst nochmal so eine Erholung zumindest in dem Bereich hier hoch nochmal vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich sehe eher auch hier einen deutlichen Abwärtstrend, zumindest in dem Bereich der 30.500 US-Dollar, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Also das auf jeden Fall mal im Blick behalten. Dann schauen wir uns noch ein paar Trades an. Und zwar Filecoin wurde sich ja gewünscht, ich glaube von Christoph. Und der geht durch die Decke. Da haben wir ja drüber gesprochen. Da wartet man, muss ich mal ganz kurz von logarithmisch auf regulär abändern. Da haben wir ja drüber gesprochen. Schönes Breakout aus diesem Downtrend-Kanal. Daraufhin Trade eröffnet. Hier an dieser Marke schöner Retest. Im Endeffekt nochmal von dieser und jetzt dieser enorme Impuls. Also auch hier und bei ICP laufen jetzt mittlerweile zwei Swing-Trades, die ich jetzt längerfristig offen lassen möchte. Aber ich muss dazu sagen, 20% sind jetzt hier schon genommen. Wir sind jetzt hier schon am ersten Pivot, eher eins angekommen. Also da läuft es momentan sehr, sehr gut, sage ich mal, was diese Trades angeht. Und ICP natürlich auch. Gut, dann noch, was wollte ich mir noch angucken? Genau, Cardano. Auch noch so ein Ding, wo ich weiterhin im Blick behalte. Hier müssen wir dann wirklich gucken, ob einerseits nur dieses Level bei 0,40, 92 geholt wird. Oder ob wir uns wirklich noch diese fette Candle bei 0,44 holen. Wage ich momentan aber eher zu bezweifeln. Also ich glaube auch hier, dass wir uns zwar kurzfristig noch dieses hochholen könnten. Aber dann erstmal einen Zwischenstopp hier im Golden Pocket bei ungefähr 0,36, 90 bis 0,37 irgendwo hier unten holen. Und da dann, wie gesagt, ich bin momentan eher davon, wir holen uns jetzt die Hochs im Laufe des Tages bei Bitcoin, bei Ethereum, beim Dow Jones und bei den Indizes normalen, um dann im Endeffekt wieder die Reisen nach unten hin anzusetzen und unten die Liquidität zu holen. Und nächste Woche mit den Midterms, mit den CPI-Daten, die meines Erachtens bullischer werden könnten, als viele denken, dass wir da dann die Trendwende hinlegen. Aber das sind nur meine Gedanken. Den Rest besprechen wir heute Abend im Livestream, 19 Uhr. Wer Bock hat, gerne dazukommen. Gut, dann noch die News. Binance-Chef CZ sagt, Krypto sei das einzige Stabile. Ja, momentan muss man dazu ehrlich zustimmen. Im Endeffekt ist Bitcoin Stablecoin, der sich wenig bewegt, muss man ehrlich sein. Also gibt es nichts daran zu sagen. Aber wenn euch der Artikel interessiert, gerne bei Kryptoguru vorbeischauen. Ansonsten, wir haben jetzt einen Bot installiert. Das heißt, der ist bei mir in der Gruppe, der ist bei der Kryptoguru-Talk-Gruppe, der ist bei der anderen Gruppe mit drin. Das heißt, die News werden automatisch gepostet und ich muss nicht immer daran denken, weil ich es eh immer vergesse. Aber das ist jetzt auf jeden Fall ein guter Schritt. Wenn ihr Bock habt auf diesen Bot, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Dann schicke ich euch den für eure Gruppen etc. pp. Also, das war es von meiner Seite. Wir hören uns dann heute Abend um 19 Uhr. Freue ich mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.